hallo und herzlich willkommen zu let's play the last of us wir suchen jetzt die schöne schlüssel 8 ich hoffe sie können mein Leben haben oh oh Das Spiel ist so anstrengend, ich spür auf mein Loch. Ich höre schon was. Wir sind auf Weg zu LL. Alles gut, Joel. Oh, ne Wegbarn. Okay, dann mal los. So geht es doch. Ach. Keiner auch so besser. Okay. Okay. Ich bin der Leu. Ah, jetzt. Ich bin der Leu. Ich bin der Leu. Das ist cool! Ich bin so ein Musiker, das ist so cool! Was ist das? Er ist! Ich will drei Leute, vier. 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 Ich will drei, 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 vier, vier. Ich will drei, vier. Ich will drei, vier. Ich will drei, vier, vier. I will drei, vier. Ich will drei, vier. das war ja easy easy Oh, schuldigung. ja ok ich hab nichts gesagt ich war einfach nur blind ich werde mir mal jemanden Oh Gott, danke, Alter. Oh, voll... Mann, den hab ich hier voll erwischt, hm? Ja, allerdings. Mir ist schlecht. Warum hörst du nie auf das, was ich sage? Na, war doch gut so, oder nicht? Das einzig Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Weißt du was? Nein. Wie wär's mit... Hä, Ellie, das war nicht einfach, aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wär's denn mal mit sowas, Joel? Wir müssen jetzt weiter. Na, dann geh doch. Ja, der ist ein bisschen angepascht. Auf die Fresse, Kleiner. Ja. 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 Ja, der hat nicht Ä chair. Auf... Er ist so richtig. Ich geh nirgendwo hin. Ellie. Warten. Okay. 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 Lesen gehört Pause durch. Mhm. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal hier. 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 Ich weiß was das ist. Na gut. Stimmt irgendetwas nicht Ali? Es ist nicht so dass ich nicht auf dich hören wollte. Du warst echt lange weg und ich dachte du steckst vielleicht in Schwierigkeiten. Ja Es ist egal was du glaubst, du musst immer auf mich hören Tu ich, es ist nur... Schon gut, Joel Nice Die Tür konnte er rausführen Hey weißt du wie wir da rauf kommen? Nein Vielleicht habe ich damit eine Chance Okay Hilf mir doch mal Kann ich gleich so grob Ganz sicher, dass du mir das zutraust? Geht doch Sprinten, Sprinten, Sparken Da oben noch was rum Das schläge geil Ja Zwei Insta-Kills Irgendwann wäre der Platz von Insta gewesen Geht doch Ah, mit sowas gebe ich nicht Was? Geht doch Ja Es geht doch Echt doch Ich pein Die Oh. Kommst du damit klar? Tja, ich hab mit sowas schon geschossen, aber nur auf Ratten. Ratten. Luftgewehr. Na, ist es das gleiche Prinzip? Nimm es hoch. Also gut, du linnst dich richtig gegen den Schaft, denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen. Nur ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger habe, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Verstanden. Okay. Okay. Und was die Sache von vorhin angeht. Es war wirklich er oder ich. Wunderschön aus, ne? Er hätte es besser wissen sollen. Wenn man was klaut, sollte man sicher gehen, dass man entkommt, oder? Ich hätte... Sie sind tot! Sie sind alle tot! Wovon redet der überhaupt? Beruhige dich. Er ist tot. Die ganze Crew. Alle 76. Schreiße Eindringlinge. Du bist tot, Arschloch! Du bist tot, Arschloch! Sehr gut, Kleine! Du bist tot, Arschloch! Fakt und Kaffee Schießt auch Ellie überhaupt? Oder mache ich hier wieder alles alleine? Ich verlebe noch. Oh Gott. Was? 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 Es geht aus dem Wolf! Ich bin! Oh shit, der ist da drüben! Oh shit, der ist da drüben! Hang mal los! Alter. Was? Sofort los, Schatz! Ja, ich weiß, hier die Huckel muss sitzen. Und... Aber das machen wir in der nächsten Folge weiter. Tschüss!